Hey Leute, ähm, ich wollt' euch... Ähm... Äh, Leute, hört zu, ich wollte euch nur mal kurz sagen, dass es mir richtig leid tut. Ähm, also, dass es mir richtig ans Herz geht, ähm, dass ihr mir hier so viele Kommentare schreibt. Und da freu' ich mich auch immer wieder drüber. Und das weiß ich wirklich alles sehr zu schätzen und ich liebe euch natürlich. Und selbst wenn ihr mich nicht mögt, ähm, kann ich es sehr verstehen. Ihr könnt mir auch über die Kommentare, ähm, auf YouTube auch sagen, wenn ihr meine Videos nicht mögt. Ihr könnt mir, äh, sagen, was ich alles verbessern soll. Und, ähm, ja, ich wollt' euch nur mal sagen, dass mir das, äh, äh, ganzen Likes und Kommentare mir richtig ans Herz gehen. Vor allem jetzt in so schwierigen Zeiten wie Corona hab' ich natürlich, als das angefangen hat, hab' ich natürlich meine Cousinen Hannah und Paula verloren. Und, ähm, deswegen danke ich euch ganz herzlich dafür, dass ihr trotzdem noch meine Videos unterstützt. Ihr könnt mir auch über die Kommentare übrigens auch immer Verbesserungen schreiben und so. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Vielen Dank. Und ich muss, ich zwinge euch nicht dazu, nur das zu schreiben oder mir zu liken. Aber es wäre schön, wenn ihr das machen würdet. Das wäre mein Traum gewesen. Das ist mein Traum. Und ich liebe euch, egal, egal ob ihr meine Videos mögt oder nicht. Danke. Aber trotzdem, vielen Dank, dass ihr meine Videos liked. Danke. Untertitelung.